Yo Leute, was geht? Willkommen für ein neues Video auf meinem Kanal und heute gibt es Roadflat 60 mit der weiße liebe Leon. Und ja, wir legen jetzt los. Leute, ich hätte vorhin einen Videoclip machen müssen, ihr hättet mich vorhin mal einen Tilted sehen müssen. Da kannst du auch reicher Kaffee fragen. Ich habe vorhin die Lampen zwei Runden ineinander enttötet und ich habe immer acht Kills gemacht und bin dann gepflegt. Coco, mach mal dein Ernst? Boah, wenn du wüsstest, wie ich gerade da sitze. Ich weiß auch schon, wo ich hingehe. Aber ich nutze, ich gehe so lange noch bis Megamall bis das wieder aufverändert wird. Weil dieser Riff Beacon... Wir sind mit einem Deutschen in der Runde von Flitches. Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Save eh nicht. Save eh nicht, Alter, wenn du mich anlügst, kriegst du einen Account. Okay. Hallo? Hallo? Der ist verlassen. Ich straße mal die Steuerhinterziehung von der Fl Nousfr희. Mama, steig in deinem Bändchen weiß. Coco, Mama, und wir hören zu Versuch hat. Coco, Mama, ein Schoko blatter. Coco, Mama... sie haben sich nicht nur auf die Kampfer oder ein Blau kommt mit für dich und hier sind die Mannschaft wir brauchen die Knapp nützt und du auch das muss ich nicht das war der Knapp So geht's tauschen, Leute! So dealt mein Crack! Nicht anders! Papa, Oco, Mama, Mama, was in deinem Denkst? Oco, Oco, Mama, und wir hören sechs bis drei. Oco, Mama, grüß dich Schoko, Papa, Oco, Mama, good night. Ich hab' einen Lama! Fick ich! Ich hab' einen Sniper-Monitor aus dem Lama! Ja doch, ich kümmere mich jetzt mal um die Saunen. Ich hab' aber nicht gestohlen. Da haben wir eine Flucht über Hohmann oder Kohlen. Ich hab' Alkohol und Blut wieder jeweils. Ich hab' einen Zeitraum, der lässt mir nur die letzte Kippe. Also vielleicht stimm' ich diese Rau-Nase wieder mal gekocht. Ich hab' immer mal gebrochen, haben die Lacken und V-Mach. Ich hab' mich von jedem schon gelaufen. Ich hab' noch nie wieder an die V-Mach. Ich hab' einen Lacken und Ackchen gekocht. Ich hab' einen Lacken und gebrochen. Ich hab' alle drei Hörner, wo ich hab' einen. Ich hab' einen Lacken und hab' einen Lacken und hab' michochen. Und das war unterrschungstum. Ich hab' eine Kassel-Karte in der Hosen-Tasche. Gift nicht so gerade von einer Flucht und Nacksen. das ist am Ende der Anruf der Anruf von mir und das ist ja klar das ist aber das ist ja so gut wie die Läder und die Läder und die Läder das ist am Ende der Läder dann sind die Mafia aber eigentlich ist es nur das gleiche nein, sei denn vor dem Esslika dann haben wir uns das war mal ein paar das wird sie noch machen die Berliner Siedlung und so ist es für sich die Brotter nur siehst du uns und so sieht man leon will so eine blau reputieren ich kenne die aber nicht bringen die Klinik mit der Hohen Bühnen für ruhigen sie sich wenn sie haben wir auf meine Kosten nach dem Geld der Kassel die Schilder Mann im Pantel ein Schloch das kann ich noch nicht mehr machen Prozent Grünchen halt wieder Vorhaben auch die Klinik 3 2 4 aber ein gut leuten wir sind die besten ab noch ein abzugreifen ist immer hinter mir Leute dafür muss ich auch nur bedanken dafür bei 80.000 Abonnenten oder ich komme ja bei 80.000 Abonnenten es gibt es alle noch gibt es noch nicht ich habe es aber nicht mehr okay, ich habe es hier drauf geschafft ich habe da hinten zwei geholt du musst 200 Schaden bei Lootrops machen, das lässt mich was musst du machen? 200 Schaden an Lootrops warum Aufgabe so erledigt es ist keine Aufnahme Leon Leon ich komme nein, Leute, wer gibt's da hin? manche, wer ist ein Gegner? manche, verpiss dich ich bin ein bisschen, no gear bitte mal, Hurensohn ich bin raus da bitch, bitch bitch, bitch warten schaffe ich habe viel Fehler ich bin ich bin hier ich bin nicht ich bin werde es ein Weg wenn ich da die Kiste da habe ich wie das Geld haben haben hat den anderen mann nachzudenken ist die Gäste ich komme unter dir da dann gewohnt wir haben das ist nur und ich habe noch zu scheitern vorziehen auf die Leidung alle bewacht für mich jünger ich schieße auch sie streicheln Den habe ich hier auch geschenkt, ich will helfen. Doch. Leon, wollt mir einen GP haben? Mach mich deiner. Ja, ja, machen wir eh. Ja, wir farmen eh grad die vier. Ich hoffe, ich habe einen zu brauen. So, ja. Ja, wie lauf ich spiele es denn bitte in unserer Runde? Warum? Er hat nur sechs zählt. Ja, steht einfach da rum, Junge. Da schon wieder! Ja, wer ist so los? Dein Urgroßvater los oder das andere los? Andere los. Aber das ganz, ganz, ganz andere los. Oh, kann ich mal schießen? Wer hat mich mal gehn? Ach so, klar, da. Stefan! Ich bin mal leicht, wenn aber über 160 da musste sein. Da ist schon wieder eine gekillt! 180! Ich liebe die OZ haben. Er wusste nicht mehr. Ja, endlich ein Guck, dass er bauen kann. Hab ihn! Haben sicher was zu tun können! Und 11 Kills, ne? Ich hab drei! Ich hab drei! Alter, das ist ein Sniper-Header! Oh mein Gott! Lo, ich geb ihn, äh, mit Dings Headshot, 130er! Mit Combat! 2. 3. Aber auf jeden Fall irgendwas über 110, Digga! Stop! Er drückt mein Heavy-Sniper-Headshot! Wie krank ist er? Ja, das ist ein Sniper! Er hat einfach das Jumpy-Up! Man, ich hasse es! Können wir nicht einfach einschauen? Das ist nur eine Sekunde dauert, um zu sparen! Ich bin in die Jopfen! Oh ja, ja, das ist ein Sniper! Du shows komm doch nicht Drop her! 1. 1. 3. 1. 4. 2. Und motormus국 re per Ja, was ist, Papa? Tja, moinden, Digga! Er hat mich zu weggelasert. Und ich laser ihn jetzt weg. Wollte mal wohnen. Raus damit, Junge, Mann! Ich habs nicht meine AR, Alter! Was hat er gemacht? Was willst du? Was willst du von mir, Junge? Ja! Ja! Was hast du gerade gesagt? Was, ähm, Ding, was, äh... Was hat er gemacht? Ja, er spricht halt nur mit seiner Drecks-AR von der Seilbahn auf mich! Der Typ hat mich auch gerade eben gekillt. Der Typ hat mich auch gerade gekillt. Hab ich auch gesehen. Ob die OG-Ton sieht alles drin. Was? Hallo! Was schlägst du, Junge? Ach wohl! Mann, die Funkel packt so ab, Alter! Sie kommt die ganze Zeit nur von hinten! Ich hab sie so warm zu gemacht, wo sie stöhnt. Das ist so. So, wie vor wenn du... AAAAAAAAH! Oh, unboot! Ja! Und das... und schaum und aber ich habe tausend 1.72 ip bekommen auf 400 bekommen ich hab heute kein Leben, ich bin der selbe sieben Fluss, ich schaff es nicht mehr ich hab jetzt eine E-Mail Mails? Von wem? Von Partner, ich warte kurz, ich komme. Ja, Leute, so schnell kann es gehen, oder was? So, die Rechte wird wohl schon aufgestiegen. Ganz entspannt. Und geil, wie er jetzt den Flaschen flippt, Leute. Geiler Scheiß. Und wir haben uns die normalerweise gekauft, Leute, geguckt. Und wir haben uns das Ding gesehen. Neun Tage Dorf gegrindet. Am ersten Tag haben wir die ganze Zeit geschafft. Meusti Meuer, hinterlasse Spur. Also ich sag, wir schaffen es mindestens, wisst ihr, dass sie sind, auf das Level. Ich hab's deine Anmeldedaten. Gibt's die noch deiner? Ja, wenn meine Mama da ist. Ist es deine Mutter damit überhaupt einverstanden? Ja. Hi, Papa. Wann kommt die Mama? Dann muss ich so um 4 zu nehmen, wird es auch gekommen. Äh, nein, nein. Leon. Jajaja, ja, ja. Ich hab's endlich flaschen. Endlich! Wende verstopfen. Oh, Simon, ja, gut, endlich. kann ich das kann ich meine bälle verstopfen mit mein level tauschen zum marke reagiert auf monta ausraster direkt mal reinziehen zum marke also marke reagiert auf monta ausraster hat sehr viel freut dass ich auf ein video reagiere so auf dem überlegen nur schon wieder kräftig haben wollt ihr auch nein und zwar äh sieht man jetzt gerade schon hier ein video und zwar das alphabit und television jeder hat gesagt marke guck das an so lustig sein deswegen schauen wir uns den Müll mal an alter wenn der neue kosmos abläuft vorliegen alles klar 3 nur gucken können doch nein dann wieder das war ein neues video hoch würdest du gern so gut wie wir auch nicht sein Ich schon. Ich schon. Du? Nee. Weißt du, wie gut ich sein will? So gut wie... Und war Pitch! Sag es ehrlich. Keine Ahnung, mir eigentlich egal. Wollen wir eigentlich wieder Partychat? Ja. Sag ehrlich. Ich würde eigentlich gerne so gut sein wie... Oh my bitch! Sag ehrlich. Ach ich doch. Ich würde mich das nicht mehr anbremsen. Doch, ich würde noch nicht mehr anbremsen. Holen wir zu. Oh mein Gott. Komm her! Okay. Ganz kurz vor dem Kotel. Denken wir jetzt kurz? Cool. Okay. Okay. Ja, dann bitte. Was ist dieser YouTuber, Kyo? Kyo? Ist der YouTuber? Ich geh mal weg hier! Ey, ey, ich bin jetzt grad! Die Kyo Gang sieht das alles! Warte, warte, warte! Ja! Digga! Digga, war doch nicht so gemeint! Entspann dich doch mal! Ey, war doch ne Spaß! Mach was los bei dir, Digga! War doch toll! Mann, du Spaß, Kyo Gang! Ihr bist bescheid, Freunde! Wir machen nur Spaß! Aber ich will erst mal sagen, Willkommen zu einem erneuten Chef! Feier ich nicht! Ihr wollt schon ein bisschen zu viel hier, okay? Ihr müsst erst mal kaum noch Münster folgen! Seine Mutter hat mich dazu angerufen und meinte, Ey, sehr froh, Frau, dafür bitte, dass kaum mehr Abonnenten habt! Ja, stell dich aus! Ja, was ist das, Leute? Abonnieren! Wie gern zu! Schamör, Digga! Schamör, ja! Ihr wisst bescheid, Freunde, folgt den Jungs auf jeden Fall auf Insta! Das ist Kyo White, ihr wisst bescheid, Freunde! Das ist Achmed, Digga! Achmed! Gehst du dieses Jahr auf die Gamescom? Was? Gehst du dieses Jahr auf die Gamescom? Vielleicht. Ja? Ich geh... Mit meiner Freundin und mit ein paar Kundenkumpeln. Jetzt kommt der und so, ja, ich geh auch hin, so, äh, so, Mädchen klären, ich und so, äh, was? Äh, was? Nein! Was ist los, Digga, was? Wie heißt ihr? Jeff Bell. Franzi. Woher seid ihr? Quartalsburg. Auch Quartalsburg. Was macht ihr hier? Klassenfahrer. Ja, Klassenfahrer. Wie groß seid ihr? Wieso? Wolltest du deine Nachname? Wolltest du ja nicht. Wolltest du ja nicht. Kontestand? Ja, ich auch nicht. Spaß. Warst du lustig? Ich weiß nicht. Okay, alles. Erstmal von uns dreien, allgemein, mit... Okay, alles klar, Digga. Also... Was sind so Robys? Robys? Du hast keine Hobys. Weiß nicht, also ich bin mal geritten, aber du willst tanzen, aber ich kann nicht tanzen. Du hast ja noch gehört. Du hast Hunger dafür, oder? Ja. Du wunderst dich wahrscheinlich, was die heutige Frage ist, oder? Ja. Ja, ne? Ja. Ja, ne? Ja, ne? Okay. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage. Wie sind die Zeit für die Jungs? Komm, erst mal rein. Wie will die DER? Wie will die DER? Ja. Okay, ne? Wir sind schwer gerade. Dann sagen wir, die Jungs, die zeigen euch, und dann entscheidet ihr euch. Aufgrund des Skills, wen ihr DER 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 DER. Ja, aber nicht. Warte, ich weiß, es ist geil jetzt, ob Kessels verkack ich so halt, wo ich nicht wiederkomme. Oh, Junge, Junge. Hä? Zu. Zu. Was sagt ihr dazu? Ganz okay. Hä? Läuft ihr hier her? Gänse oder Boxer? Tja, klar. Wie egal, was? Stehen alle? Gänse halt egal. Scheiße, die reingefangen haben. Worauf steht ihr so bei Jungs? Äh, locken. Ich glaube, das ist gut. Nur noch, der kann man nicht klären. Nein, ich weiß nicht. Es ist lustig, da muss lustig sein. Muss er lustig sein? Ja. Ist okay viel, ne? Okay. Willst du anfangen, oder was? Mh ja. Jig, ich bin nicht gut, die들이 fertig ist. Fertig! Was sagt ihr dazu? Ich fand es gut. Ja, auch für gut. Ihr seht hier die beiden stabilen, freshen, Sonnencreme eingekriegt. Für die Reine geschmiert, die Jungs. Leute, wir hacken den, wir hacken den. Leon, ich hab ihn gehackt. Du bist gerade im Chat. Komm, und jetzt aus dem Bottleflipte bin ich zufrieden. Ach, leck mich doch. Soll ich nicht so groß drauf machen, oder so ein Kreuzler? Ein Pederskreuz. So, auch vorhin, oder? Magst du auch vorhin? Sehr frei. Ich probier jetzt jeden mal eine Gegend zu hacken, dicker. Läuft, bitte. Wie fandet ihr das? Das habe ich auch probiert, also, als ich nachdem. Aber, einfach. Du, 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 du. Ich, das ist gerade. Jetzt ist der Achi dran. Der ist Boxer. Ich lasse mal die Vorregerung. Machen wir nur nur ernst, sagst du den Skill? Wo seid ihr nur noch zuerst? Ich sage, ich sage, ich bin nur noch. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Der muss super auf oben. Und Leute, ihr wisst Bescheid, der kriegt dazu noch ein Business-Skill. Und Leute, wir haben keinen Punkern-Schuss mehr. Warum hat man keine noch Punkermody dabei? Warum? Na, er macht mir einen. Röste besser? Also muss ich die Augen haben, er muss rösten. Ich hab's ja nicht gerochen. Mit zwei Niedrichen, danke. Mit zwei Niedrichen, kein Dank. Mit zwei Niedrichen, danke. Geil. Geil. Ihr kennt mal diese Aussage? Hey, der geht so geil. Was fandet ihr besser? Also würde ich mit mir ausgehen. Ich glaube, selber kommt wieder runter, war ein Privatjet. Komm, 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 komm. Ich bin aber, ich würd's nicht sagen, ich würde mich nicht sagen, ich würde mich kommen. Ach, vielleicht ruf ich meine Mutter an den Vater an zu kommen. MAMO, du Fein-MUH, WANZ KOMMST NUH! RUJONAURA! Hehehehe, musst du ernsthaft bringen. Das ist ein Rekord. Was ist das? Leon, ich hab'n Geschenk für dich. Neeeeee! Da mach ich doch fast jemand anderem Roboter. Ist mir auch egal. Neeee! Oh, mein Vater schreibt nicht. Geil! 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 BAM! Leon, schuld schaub! LOLL! Geil! »BAM« »BAM« »MAUGBO« »UCH« »NAME THEM.te Leon Leon Look at Look at Look at this bitch Tschüss Fuck Hehehe Probier ihn zu klein Eier Shit Fuck 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 Ich hab irgendwo hin geschossen Oh Der macht irgendwas rum Hi Mama Ich hab dich vom Geist Nein Nein Oh mein Gott Oh mein Gott To Romulan To Romulan 裡面 Gat To 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh shit Leute Ich könnte mir nicht erklären lassen, dass sowas kein Hitz waren Wenn du das erzählst, dann wäre es du Kein Spaß, das ist der Motor Oh shit Oh shit Dude, du wolltest biefen Du kriegst biefen Sooo, schlicht im Schacht, du ne? Er hat die jetzt schon nicht der Pitsch Pitsch, Pitsch Ja Leute, ähm... Ich hab die Anmeldedaten von ihm Scheiße, ich hab ihn nur absichtlich angerufen Aber du weißt schon Aber du weißt schon Dass du dann übelst wenige Skins hast Ja, wie meinst du? Er hat nur 10 Skins oder so Ja und? Er hat Iconic Du musst wirklich die ganzen Skins ausgeben Für einen seltenen Skin Wo du einfach mal in deiner Familie fragen könntest Und so einen geilen Tanz Weil du einen geilen Tanz kitzelst du denn? Hm? Wegen dem Tanz würdest du den Iconic Skins oder was? Nein Den Iconic Skins Können wir mal ne Du-Runde spielen? Nein, ich hab ein Eis Äh, lass du lange warten Ja, okay In 10 Minuten noch Für, von mir auch gleich zu Chats Na, geht jetzt noch mal alles schnell aufs Klo Geht euch noch was zu essen Geht euch noch was zu Trinken holen Das Stream geht dann in 10 Minuten weiter Geht euch noch wieder Oke Sch Irre bunt Wan Ewa 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 Nein, Clash Royale. Spiel dabei mit Dodo. Nein, ich warte auf dich. Was hast du für ein Deck? Warte, ich bin noch gerade im Kampf, ich sag's gleich. Okay, ich habe Mega Ritter, ich habe Kampfholz, ich habe Mauer, ich habe Elektromagier, ich habe Valkyre, ich habe Mega Lakai und was habe ich noch? Und Gift. Ja, aber ich bin zu nicht, weil er scheiße ist. Ich bin auch. Herr Lull, der hat eine ganz geschaft. Lull! Lull! Ja, das ist eine kleine Juni. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Geil. Aber ich spiele nicht zu oft. Denkst du ich? So, all unsere Kunden sind auf Level 5. Spiels hier auf die Schule. Ja, ich bin einfach nur fort mit deinem Handy. Ja, und du musst los. Sie sind ein paar Tripskisse ausbilden und dann die Spieler zu spielen. Ja. So. Ab nach Play Royale! Leute, ihr solltet euch meinen brutalen 8 Kills statt in Tilted Town zeigen. Wenn wir es wieder schaffen. Wann? Das war so geil. Was? Ein Eis. Das wär so geil. War voll Eis. War voll Eis. Der kann schwönen wie. Am. Alex hat mich eingeladen, ich auch. Was ist dein Lieblings Eis? Ähm, Melone. Na so. Was ist dein Lieblings Eis? Ich zieh ne Chests. Rat mal was ich bekomme. Und hier. Endlich. Nee. Funki hab ich schon über das lange. Ich hab endlich mal Lava Hund gezogen, Alter. Hab ich schon so oft gezogen. Weißt du welche Karte ich am meisten gezogen habe? Hm. Prozessin. Hm hm. Diesen komischen, äh, diesen komischen Fischtypen da. Ah, Fischer. Hm. Und danach hab ich Funki über das oft gezogen. Funki ist jetzt auf, äh, Level 20 saustark. Funki kann's auf Level 20 gar nicht mehr, ähm, beherrschen. Finde ich. Weil Funki auf Level 20... Fix alles von dir. Da kannst du jede Truppe einsetzen, Digga. Du musst vor dem Funki noch ins Kletter-Armee machen. Es gibt Leute, die haben Funki auf Level 30. Sondern Hacker. Ist so. Bei Legendary Cards gehen auf dem 2. Ach so Scheiße. Wenn ich mich nicht irre, sind zwei Leute mit Marco hängen klettert vor mir. Ja, ich hab's nicht mehr. Ja. Ich hab's nicht mehr. Ach, kacke. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Du gibst mir Nachfragen. Natürlich kriegst du eine Schussdabelbarriere, Alter. bis zu katholik der mann zählte die gaben blau-pumpern schmackhaft leute so leute wir müssen jetzt ins tatsch überlegen wie wir am dümmsten vorgehen Es ist so, Junge, ich lande hier einfach irgendwo in Tiltetown. Ich geh mal kurz in Alex für eine Party, okay? Zu dir mal unten! Digga, Leute, was soll ich denn da machen? Komm mal, Tartelkirch. Ah, jetzt! Ja! Das war's für heute. Ja, ich... Nein, ich streame gerade. Ich streame gerade. auch warte eigentlich könnte man account daten gehen dann könntest du das auch für mich machen und weil er kommt nur kurz spielen da krieg ich eigentlich auch in eikonik doch was du kacke ob pulver eise aber kai aber keine gruppenkeile keine ahnung ich glaube ich habe schon junge Junge, ich muss Content printen für meinen Stream, du Idiot. Dann würde ich mich mal an... Twitch! 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 Das war's für heute. Tilt-Town Krieger mit der anständige Gegner alle kurz leise ich muss kurz, 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 okay, kann ich wieder reden also, wir, ähm, bezeichnen einmal nur, einmal nur, einmal nur, einmal so ein Mensch und einmal so ein Mensch einmal so ein Mensch wie ist das? ja, weil ich so fühle mich weil ich meine mich schneller alles Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ha! Digga, der Typ regt mich auf, der hier in dem scheiß Haus ist. Toll Digga, Wallah, wie komme ich da hoch, du Spass? Wie komme ich denn hier bitte hoch? Kann mir das jemand noch so sagen? Hä? Leute, wie kommt man hier hoch? Scheiße. Alter, regt mich das gerade so auf, Junge. So? 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 Scheiße! Ah, O-Wa! G! G! Blaise Camino! Ne War! W-U-U-N-G! Keine Ahnung, das ist dead! W-U-W-U-L! W-U-L! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Passend! Oh mein Gott ist der süß! Oh mein Gott! Reif doch nur langsam! Kollege Schnürschuhe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, wir kommen jetzt mal zu der Schuldschuhe, sodass wir noch alle... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Neon! 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 Ein Alarm schnell! Neon! 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 Wie kann man seinen Plankarton verlieren? Leon, wie lange wohnst du jetzt eigentlich schon in Österreich? Ah, ja, Bruder, muss groß. Hätte ja auch sein können, dass du zuerst in Deutschland gewohnt hast. Okay. 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 Wie ist das, Alex? Okay. 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 Soll ich da auch noch irgendwas tun? Ähm. Wie ist das hier? Oh mein Gott, wird er knapp. Ich gebe ihm so viele Hits in seine fucking Motherfucker Fresse, Digga. In wieviel Minuten? Digga, Alex, guck mal was Ding ist. Und schießen die ganze Zeit ab. Im Nahkampf. Ich gebe ihm 380er. Und er überlebt mit 150 HP, obwohl das gar nicht geht, weil 380er sind über 200 Schaden. Er hatte ja kein Ziel, ob sein letztes Notar war. Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll. Ich bin in einer Liga. In welcher? In der höchsten. In welcher sechsten? In der aller aller höchsten. Was gezogen? Alex, wie geht da hin? Mit Krallis. Was? Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll. Ja. 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 Ich habe selber nur eine OG-Pump. Ist halt so, Alex, ne? Deswegen habe ich gesagt, du kommst hier hin, Digga. Ja, ich bin da und geh zu zwei. Er sprayt mit AR drauf, Digga. Hä, was? Ich habe fünf Kills gehabt schon. Durch das Haus alleine und dann noch... Und dann ihn noch genockt. Doch. Weil ich die Pappel in dem Haus finde. Bist du der King? Ich halte dir das mit fünf Papier und 100 Schild überlebte, Digga. Lass die ganze Zeit schön zu zauen gehen, nur kurz aufm Klo. Ich halte dich. 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 Aber das ist jetzt in der ersten Zeit. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Das Hochende war wirklich sehr, sehr mächtig. Diese Epic Games bzw. Frontline hat ziemlich in der Kritik gestanden. Und zwar weltweit auf den Twitter-Test. Du musst versuchen, dass sie... Die sind alle dumm. Und die denken, ja komm Bruder, ich bin tief, jetzt krieg ich guten Glutdinger. Aber die Pumplisten irgendwie meistens so, mit den Peaches. Bitte geht nimmst den Turm, bitte nimmst den Turm. Bitte nimmst den Turm, bitte nimmst den Turm. So. So. Du fängst, dass der Sack mir auch nur hier in Tilted Town. Warum? Bitch. Nein. Nein. Die ist unten. 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 Die sind unten. Die ist unten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020